sind wie man hier sehen kann und jetzt gibt es wirklich war jetzt 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 geht es einfach verdammt noch mal Gas zu geben sonst ist man da was steht da alter selbst übersetzt mal bitte da sind noch kugeln drin und deswegen kann man nicht nachladen alles klar ich dachte schon das ist nicht die passende Munition jetzt drauf halten Leute jetzt bringt es nichts mehr jetzt muss drauf gehalten werden naja geht noch um 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 ich schnickert Prozent noch Spiel vorbei das war cool war super okay ich sehe schon ich kann das gar nicht so genau einschätzen wie viel Schaden ich mit dem Gift nehmen deswegen müssen wir den Hilfespray halt früher reinschmeißen früher reinschmeißen genau guck mit und mit mit vollständigen schon gegenseitig die Sätze ja weil man müde ist nicht alter so haben wir uns lieb genau wir lieben uns wer möchte treuzeuge Zeuge sein treuzeuge treuzeuge genau hab ich jetzt treuzeuge gesagt ich merke schon es ist zu spät trauzeuge meine ich Alter ich ist zu früh nicht zu spät ja meine ich ja treuzeuge alter Schwede ja mir fallen noch fast die Augen zu so die Katze überspringen wir jetzt jetzt gebe ich ihm auf den Maul und auch den Mistel ja wieso lachst du wieso lachst du wieso lachst du hab ich was falsches gesagt ne ich hab was fahren lassen ach so ich dachte schon alter ich muss immer selber lachen weil es ein komisches Geräusch war ja ja er schießt seine Panzerfaust voll ins leere ja so ist gut wollt ihr doch schon früher sagen lauf ein bisschen weg von dem oh oh glaubst du ja ich glaub ich halte noch einer aus neiner geht noch rein nein nein jetzt jetzt bist du cool jetzt 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 ich schmue das mach mehr Schaden ne Alter hast du vollkommen unrecht nein komm schon Nemesis sei kein Pisser lass dich umlegen weißt du was ich hau die Frau ist rein ich glaub die machen einfach viel mehr Schaden ich schweiß nicht ich glaub die Minen machen am meisten Schaden alter du behindertes Kind ey nein ich geh voll ab grad ok die Minen ich glaub schon wenn man so spät die Minenwerfer bekommen hat glaube ich dass der am meisten Schaden macht das ist meine Logik ok du hast verdammt noch mal recht er ist jetzt umgeflogen wie wie ein Stück Brett sag ich doch will because unblockst du meinst? hä? wat? ähhhh wat labert der alter? warte mal geh weg geh da weg ja ah genau warte ich muss ihn im Auge behalten steh auf du dreckiger Drecksack guck 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 wie es den voll fertig macht ohne schluss jetzt noch ein paar Granaten rein und passt schon naa alter das gibt's nicht NEIN ach komm ohne Scheiß jetzt naaaa Der Typ ist doch unnormal, wie viel frisst der denn? Gut, ich hab anfangs ein bisschen rumgeschissen, da hab ich viel eingesteckt. Diesmal nehme ich gleich... Äh, die Dingens. Ja, sorry, dass wir so oft verhellen. Zwei Gründe, der Typ ist stark und ich bin müde. Ja, ich hab schon gedacht, ich bin schuld. Die Minen sind verdammt gut, Alter, das wusste ich ja gar nicht. Die kenn ich ja auch gar nicht, die kenn ich ja nicht mal. So, ich muss jetzt eine rauchen, sonst schaffe ich den nicht. Ja, aber wenn du aber rauchst, hast du keine Hände, frei. Doch, ich bin da so ein Allrounder. Ah. Ja, ja, ich spiele, rauche, befriedige Frauen gleichzeitig, alles gleichzeitig. Oh, das ist schon schlecht, das ist gut, ja. Ah, fuck, Alter. So, okay, pass auf. Kombiniert mit Frost, das hauen wir gleich mal rein, dass wenn wir die Minen leer geschossen haben, direkt auf die Frost umsteigen und dann ballern wir ihn richtig um, Alter. Ja. So, jetzt erstmal noch einen Schluck getrunken und jetzt, Leute, rein da, rein da einfach und jetzt volle Kanne. Mich nervt ja, dass wir immer hier wieder die Treppen runter müssen, auch Leiter genannt. Aber ich vertausche das auch immer, jedes Mal. Warum? Muss wohl an dem ausländischen Blut liegen. Ah. Für mich ist der gleiche Scheiß, weißt du? Jetzt, 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 den mache ich jetzt alle, Alter. Schwörst, jetzt gehe ich so ab. Jetzt gehe ich so ab, Alter. Spritzt du 10 Meter rein. Ja, komm schon, kein Katzen überspringen, ey, jetzt, jetzt gehe ich so ab, jetzt drehe ich durch. Boah, jetzt bist du auch gerade, jetzt bist du voll aufgepumpt, ey. Jetzt bin ich auf, okay, motivier mich, motivier mich, motivier mich, Alter, motivier mich. Komm schon, gib ihn in die Fresse, die schierke Sau. Mach den fertig. Jetzt schier es auf den. Jetzt mach einmal. Hol die Waffe raus. Alter, das klingt eher wie ein Schweizer Porno. Lass es. Ja, ja, so gut, ja. Jawohl, da schießt er vorbei, der Trottel. Geht schon. Scheiße. Er kommt auf mich zugerannt. Druck einmal, ja. Mit Action Center. Komm schon, komm schon. Mach den fertig. Fühl mich lieber Rocky. Jawohl, der ist wach, der ist wach, der schießt vorbei. Sehr schön. Muss schon ein bisschen tanzen, wie der Ali. Der Typ ist nicht normal, Alter. Der hält so viel aus, das ist unglaublich. Ja, das ist schon auch der Nemesis, die. Alter, der schluckt es wie nix. Der Typ ist un... Der Typ ist unnormal, ich schwöre es dir. Go, go. Mehr Movement, mehr Movement. Links, rechts, vor, zurück. Jawohl. Scheiße, ich verreckt wieder, ich spüre das. Nee. Jetzt packst du es. Fuck, Alter, ich bin so nervös. Warte, ich guck, gibt es da irgendwo Heilung? Liegt da irgendwo Heilung rum, Alter? Das kann doch nicht sein, dass da keine Heilung rumliegt. Ich glaube nicht, dass am Ende der Heilung rumliegt. Nee. Go, 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 go. Scheiße, ich habe keine Moni mehr. Okay, ich sollte nicht so blöd vor Ihnen stehen bleiben. Jetzt rein ich ein bisschen weg. Genau, ein bisschen weglaufen, schießen, weglaufen, schießen, dann geht's schon. Naja, hart mich, ich bin tot. Nee, das überlebt noch. Nee. Weißt du rum? Ich war schon auf rot. Habe ich keine Heilung in der Kiste mehr? Nee, alles weg. Ich werde das jetzt ein bisschen anders machen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders machen. Letzter Versuch und dann machen wir Schluss für heute. Habt ihr so gut motiviert, Mann? Ich habe jetzt eine Taktik. Also? Ja, weißt du? Am Anfang mit der Bazooka macht er zwar viel Damage, aber er trifft nicht so leicht. Das werde ich am Anfang ausweichen, bis er die Bazooka wegschmeißt. Und dann laufen. Dann werde ich ihn so gut wie möglich bearbeiten, sodass er, und falls er mich trifft, was sowieso der Fall sein wird, dann werde ich das so machen, erst den Hilfespray nehmen, wenn ich am Ende bin. Also wenn ich schon richtig so krabbel, weißt du? Dann nehme ich den Hilfespray, dann bin ich wieder quasi voll und dann gebe ich ihm den Rest. Man muss nur die Energie passend ausgleichen. Vielleicht habe ich längst Energie genommen, wo ich eigentlich noch gar nicht so verletzt war. Und ich werde jetzt mal zur Abwechslung meine Fresse halten und die nur zuschauen, um das maximale Konzentration zu haben. Okay. Ich schaue nur zu. Oh, Alter. Sollte, also ich nehme ja so viel Trink, Leute, aber es ist so zeitig am Morgen und da bin ich immer ganz trocken. Ja. Der Mund muss befeuchtet bleiben. Wieder diese Zweideutigkeit, Alter. So, jetzt aber Konzentration, Leute. Konzentration. Es kann ja nicht sein, dass wir hier so ablosen gegen den. Der ist, okay, der ist stark, aber trotzdem. Er ist schaffbar. Man sollte gleich am Anfang rennen, weil der gleich auf einen schießt. Da guckt er, der schießt. Aber er hat nicht... Boah, das war aber knapp. Oh, fuck. Jetzt kommt er. Ja, verschieß ruhig deine Pazooka-Munition, Alter. Bloß nicht treffen lassen. Ja, er hat's weggeworfen, Alter. Super, super, super. Mach weiter, so. Bist ganz gut, jetzt. Okay, Konzentration. Moment, ich muss kurz an meiner Kippe ziehen. Boah, Alter, ich bin nervös, Alter. Meine Hände zittern. Bleib cool, bleib cool, Mann. Bleib cool. Weißt, was ich ein bisschen beschissen finde? Da oben im Status steht Virus, aber da steht nicht der Status und das nervt mich. Ja, ja, das ist eben das. Man braucht ein Gefühl jetzt. Du musst schon noch wissen, wie viel er aushalten kann vor ihm und dann musst du hier heim. Okay. Okay. Das ist der besten gar nicht treffen. Kippe ausgemacht. Es wird nicht so leicht, sich nicht treffen zu lassen vor ihm. Nein, Alter. Ich hasse das, wenn er mich packt. Ach, komm, das ist ein One-Hit, Alter. Das ist ein One-Hit. Du bist ein One-Hit. Komm, ein Versuch geht noch. Okay, einer geht aber wirklich noch. Alter, wir machen es jetzt so lang, bis du den tötest. Da gibt es nicht einer. Ich gehe nicht schlafen, bevor der down ist. Das ist... Boah, Alter. Der regt mich gerade ein bisschen auf. Ich werde langsam aggressiv und das ist nicht gut. Gib mir mal den Kontrollen, ich mach das. Wäre jetzt echt geil, Alter, wenn es neben mir wäre. Ohne Schwest. Dann könnten wir uns wenigstens abwechseln. Eben. Einmal du deinen, einmal ich deinen. Ja. Bis dann halt endlich einer down kriegt. Hast du nicht verstanden, was er gemeint hat? Einmal du deinen, einmal ich deinen. Weil ich bin so müde, ich verstehe keine Zweite deutlichen. Ich verstehe keine Zweite deutlichen. Der Minenwerfer ist aber auch teilweise langsam, aber er ist gut für den Anfang. Er ist auf jeden Fall gut. Ich werde ihn erst, wenn er in den Nahkampf geht, werde ich dann den Granatwerfer rausholen, weil mir ist aufgefallen, wenn ich auf Distanz bleibe, friert ihn das ein und er ist kurze Zeit verlangsamt. Anfangs ist er fern, also gehe ich auch auf die Ferne. Wenn er auf Nahkampf geht, bleibe ich aber auf der Ferne. Genau, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, macht auch Sinn. Ja, Bei dem kannst du ja nicht im Nahkampf gehen, ist ja unmöglich. Wobei unmöglich nicht. Es gibt wem, der erledigt ihn mit dem Messer auf YouTube. Hab ich schon gesehen. Was? Ja, ja. Was habe ich denn? Ja, ja. Der erledigt ihn rein mit dem Messer. Ja, aber das dauert doch ewig. Oder? Ja, aber der kann ihn so perfekt ausweichen, dass er ihn kein einziges Mal trifft. Ja, weil er sich ein Japaner. Ja, ist er ja auch. Ja. Die ganze Schrift im Spiel ist japanisch, alles. Ja, siehst du, 100 Meter nicht. Die sind die größten Musikers. Da hat wahrscheinlich das ganze Spiel mit dem Messer durchgespielt. Ich warte ja nur, bis seine Scheiß-Bazooka endlich leer ist. Siehst du, da schießt er voll dagegen. Er trifft gar nichts. Jetzt hat er seine Besucher. Glaubst du, ist es so weit, dass ich meinen Hilfespray nehmen muss? Nee. Jetzt. Hilfespray. aber, ja. Okay. Moment. Voraus daraus. Ja, ausrüsten wäre auch nicht schlecht. Na ja, ich hasse es, Komm schon, komm schon, komm schon, steh auf, chill. Ja. Alter, der weicht ja voll aus. hast du das gesehen, hat es voll ausgewichen. Ja, so, genau, weiter so, weiter so. Ja, da ist es so eng, Alter, da ist es verdammt eng, das ist die Scheiße dabei. Aber gute Taktik, so. Alter, der haut mir voll eine auf die Fresse. Okay, er liegt. Zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal. Okay, kombinieren. Komm schon rein. Du musst halt die zwei verschießen. Okay, dann gebe ich ihm noch einen mit dem da. Stell auf, du Drecksack. Achso, was mache ich denn? Schau, ich bin total verwirrt. So. Ja, siehste, die Steuerung ist einfach für den Arsch. Die Panzersteuerung, so nennt man sie. Das Backschät, das Backschät, das Backschät. Weiter so. Komm schon, bitte, lieber Gott, lass es mich schaffen. Bitte, 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 bitte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn nicht down kriege. Nee, der hat mich. Aber immer dieser Schlag, ich kriege, ich kann ihn nicht auf die Zanz halten, das ist das Problem. Er ist tausendmal schneller als ich und bis ich mich umdrehe, ist Ostern. Aber warte mal, du hast doch einen Instant 360 Drehung, oder? Jaja, habe ich ja, aber trotzdem, die dreht sich um wie ein Waschlappen. Nee. Nochmal. Alter, meine Finger brennen schon vom Controller reiben, weil ich muss immer... Der ist immer, wo ist, du machst ihn jetzt fertig. Ich muss nämlich so lang dran herum reiben, bis der endlich wieder aufsteht, du musst wie ein Verrückter draufhängen. Ich kann mich erinnern, als ich damals... Ich glaube, wie alt war ich da? Ich glaube, wo ich... bis er aufsteht. Ja? Ja. 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 Ja.